Bevor wir euch nächsten Montag endlich ein bisschen mehr zu unserem neuen Flugprojekt verraten können, haben wir hier nochmal ein kleineres Projekt für euch. Genau, und zwar bauen wir jetzt an diesem Steinbruch hier nochmal eine Seilbahn. Das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht. Und da war einfach das Schöne, dass wir da immer mit unseren ganzen Freunden herkommen konnten und jeder mitmachen konnte. Deswegen, ja, bauen wir die jetzt hier nochmal und zwar ein bisschen länger und auch ein bisschen höher. Wir haben die Schlaufe endlich. Das seilig ist jetzt leider etwas zu kurz, deswegen müssen wir das verlängern und haben dazu hier jetzt dieses neue Seil. Das ist schon ein guter Tal. 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 Der Lorenz versucht jetzt das Seil da oben zu entknoten, ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Der Lorenz versucht das Seil da oben zu entknoten, ist auf jeden Fall. Sollen wir dich zurückziehen? Möllen wir mit dem Motor ziehen? Nein! Aufzug, 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 aufzug! Die Drohne ist die Crash! Zum Glück ist die Phantom nicht ins Wasser gefallen, sondern in einem Baum hängen geblieben. Und falls ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, euch aber trotzdem für Drohnen interessiert, können wir euch hier die Spark von Gearbest empfehlen, da bekommt ihr die sogar 100 Euro günstiger. Wir haben euch das nochmal in der Beschreibung verlinkt. Luka, kommen Sie mal ein bisschen durch! Ich habe ein bisschen Angst! Weck mich! Es hat jetzt schon mal mega viel Spaß gemacht, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die wir das Ganze noch etwas spektakulärer machen können, dann schreibt es mal in die Kommentare. Genau, nächste Woche kommt dann endlich unser Flugprojekt, schaut auf jeden Fall auch mal bei Börzai und bei Daniel Walter vorbei, die haben hier auch nochmal ein Video drüber gemacht. Oh shit!